so wir sind zurück Lämpfwirtschaft 4.0 und wir schicken die Drescher auf Reise du bist der linke jawoll und gib ihm und du mein freund bist der rechte und auch du darfst schon mal loslegen klack du zu du darfst noch nicht du darfst schon mal so der fährt hier hopfen komm du darfst auch abfahren lassen alles klar und abverein stellen zack 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 die sehmaschinen rattern auch hier der kollege der ist auch voll so du kannst dir einen neuen kurs berechnen und zwar möchte ich dass du fällst 20 süd west start richtung norden ich möchte dass du drei folge wände ziehst nochmal klack so und abfahrer einstellen erster wegpunkt zeigen wir mal wie das aussieht welche arbeitsbreite moment so ist das richtig fällt 20 mach neue berechnung wir setzen nochmal ein stück zurück und sagen wir mal am ersten Wegpunkt anfangen und sagen wir mal am ersten Wegpunkt anfangen zum hof bringen zum hof bringen zum الص zum laz zum Hoh bitten zum Hof bringen Das war's für heute. Da, 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 da. Ja, mir fehlt heute irgendwie Musik. Hackegeschnitzel. So. Flupp. Das war nur 200.000... Ich bin nur auf 200.000 Weizen wieder hochgekommen. Ja, da müssen wir eine Weizenvollernte nächstes Mal schieben. So. Abfahrer entlassen. So. Abfahrer einstellen mit aktuellem Wegpunkt. Ich hasse diese Hakeleien. So, und wir möchten hier Überführung. Hm. Was haben wir denn gerade hier? Ganz viel. Wie viel Stroh haben wir denn? Weißt du was? Den laden wir. Und zwar ist das ganze Stroh und du fährst dreimal am ersten Wegpunkt bitteschön. Zack. So. Und mit dem kann ich hier dann nämlich schon mal wieder balenzame. Oh, lecky. Leck, leck. Oh, leck. Leck. So, hier durchfahren. So, hier durchfahren. Zack. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte ihn so in den Ballen hinten rausklauen. Zack, zack. Den auch aufladen. Und da liegt er. Und damit ist der Kollege hier des Ballen sind wir jetzt auch fertig. Abfahrer entlassen. Kurs löschen. Raus. F1. F1 und zwar Ballen abladen. Ballen abladen. Und jetzt zusammenfahren. Ballen abladen. So. Weil mit Ballen bin ich jetzt noch nicht fertig. Ich werde noch weiterhin Ballen benötigen. schieben. So. Klack. Hoppala popp. Hoppala popp. Abfahrer entlassen. Du lädst bitte neuen Kurs. Wobei. Nö. Hof zu. Bierproduktion ist ganz gut. Und du nimmst jetzt. Zweimal Weizen mit. Ja hier müssen wir auch irgendwann noch mal richtig dran was zu machen. Was haben wir denn? Wir haben da hinten noch unsere den einen Baum gefällt und diese ganzen kleinen Dinger da. So. Nein. Flippen wir doch nicht immer hin und her. So. Zack. So. Tragen wir den Kollegen hier mal hier zur Holzverarbeitung. So. Wie viel Holz haben wir denn hier drin? 109.000. Alles klar. Dann Abfahrer entlassen. Raus. Zack. Du Chris. Neue Kurs. Und zwar berechnest du dir den Fürfeld 20. Startpositionen Südwest. Richtung Norden. mit einer Sämaschine drei Vorgewände 15 Meter Arbeitsweite. So. Am ersten Punkt einstellen. Und du machst das Ganze mit Walzen. Jawohl. Genau. So. Du drehst noch eine Runde. Du fährst hier Stroh. Und ein Vario steckt im Verkehr fest. Achso. Das ist nur so. Das ist keine Problem. Okay. Ja. Schwoochbamu. los so aber liebe freunde im Grunde war es das ja heute auch schon wieder also ich würde sagen habt einen schönen Tag haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal bei vielleicht etwas spannenderen Themen von daher tschülü